Herzlich willkommen nochmal, jetzt auch wo die Aufzeichnung läuft, zum heutigen Schnuppertraining. Ableton Live ist angesagt. Ja, wir läuten auch so ein bisschen die Wintersaison ein, nicht mehr lang hin und es ist Black Friday und alle kaufen sich Plugins wie die Verrückten. Es wird schon kälter draußen, ihr habt es gemerkt. Vielleicht mal kurz vorweg zum Warmwerden in die Runde. Schreibt doch mal bitte in den Chat, in welchem Ort ihr euch gerade aufhaltet. Und wenn der Ort nicht in Deutschland ist, gerne auch nochmal das Land dazu, dass wir mal gucken, wo die Leute heute Abend herkommen. Wir sind ja eine große Runde. Vielen Dank auch für das disziplinierte Stummschalten. Ja, bei so einer großen Truppe kommt ganz schnell Akustikmüll bei Rum. Ich fange mal an im Chat und schreibe mal rein. Hannover ist in der Nähe von Darmstadt, Frankfurt am Main, Vilderstadt, Nähe Stuttgart, Nordkirchen, Essen, Nordrhein-Westfalen. Hallo aus Berlin, Grüße nach Berlin. Märtingen bei Augsburg, Grüße aus Kaiserslautern, Bielefeld, Frankfurt an der Oder, Hessen, Gießen, Gießen kann ich sehr gut, Berlin, Bad Dürkheim und nochmal Berlin und Düsseldorf. Essen, hallo aus Braunschweig, hey Ingrid, grüß dich. Südharz, grüß dich Olaf. Ja, schön, dass ihr alle am Start seid. Heute eine bundesrepublikanische Gruppe offensichtlich. Manchmal sind auch Leute von noch weiter her dabei, aber heute spannen wir unser Netz offensichtlich über Grow Germany. Das ist doch hervorragend. Schön, dass ihr alle am Start seid. Hier heute beim ersten Schnuppertraining, beim ersten Schnupperkurs für die Hausparty seit jetzt schon mehreren Monaten. Es war ja zwischendurch Sommer gewesen. Und wir fangen unsere Schnuppertrainings immer ganz gerne an mit der Geschichte von dieser Stubenfliege hier. Wenn du das kennst, die Situation auf Dachböden von großen Häusern, wenn du so Spitzdächer hast, Giebeldächer, da sind häufig Fenster in den Giebeln. Und wenn du unter die Fenster schaust, findest du da häufig einen Haufen toter Fliegen. Fliegen so wie diese hier. Woran liegt es, dass die Fliegen da alle tot liegen? Die Fliegen haben früher mal in der Fliegenschule gelernt. Da, wo das Licht ist, da musst du hinfliegen. Das ist dein Ziel. Und das macht die Fliege. Das macht sie ein Leben lang. Sie fliegt gegen die Scheibe, wenn sie im Weg ist. Das macht ihr nicht. Sie lernt nicht daraus, sondern sie fliegt wieder gegen die Scheibe, macht wieder dasselbe. Es macht Pock, Pock, Pock. Und irgendwann liegt die Fliege tot da. Und das würde sie auch dann tun, wenn rechts oder links neben dem Fenster ein offenes Fenster wäre. Zwei Meter weiter, fünf Meter weiter. Quasi die Abkürzung, die aber erstmal vielleicht nicht so intuitiv erscheint oder erstmal merkwürdig erscheint. Aber das hat die Fliege in der Fliegenschule nicht gelernt. Und deswegen liegt die Fliege tot da. Und so ist es auch häufig bei uns in der Musikproduktion, wenn ihr mal darüber nachdenkt, wie viele Abende habt ihr vielleicht schon damit verbracht. Ihr wolltet eigentlich Musik machen in eurer wertvollen Freizeit und habt dann vielleicht doch nur Presets von irgendwelchen Synthesisern durchgehört oder irgendwelche YouTube-Videos geguckt, die euch aber nicht so richtig weitergebracht haben. Oder sonst irgendwas gemacht, was euch am Ende nicht den Spaß gebracht hat, den ihr euch eigentlich völlig zu Recht von dem Abend erhofft habt. Und da sind wir heute Abend am Start. Und generell Music Tutorials ist da für dich am Start, genau diese Abkürzungen zu finden. Denn wir machen hier sowas wie Ableton Live für Berufstätige und andere Schwerbeschäftigte, die leider nicht jeden Tag zehn Stunden vor Ableton Live sitzen können, um alles selber herauszufinden. Unsere Mission ist es, dir alles an die Hand zu geben, was du brauchst, um deine musikalischen Ziele und Träume zu erreichen. Das bedeutet, du bekommst bei uns Bücher, Lernunterlagen, Einsteigerkurse, fortgeschrittenen Kurse. Wir haben eine hervorragende Masterclass, von der ich dir später noch ein bisschen erzählen möchte. Aber vorweg ein paar Besonderheiten. Zunächst mal die Leute, die fleißig die E-Mails gelesen haben, haben es mitbekommen. Es gibt hier in den Ableton-Projekten so eine Farbcodierung. Wir orientieren uns da im weiteren Sinne an den Stamp-Farben von Native Instruments und haben das System so ein bisschen für uns erweitert und aufgebohrt. Ich werde die Grafik, kannst jetzt einen Screenshot machen, wenn du magst, oder ich werde sie auch gleich nochmal in den Chat stellen. Denn du wirst sehen, wenn Ingo gleich seine Ableton-Projekte überträgt, dann ist das eben genau in dieser Farbsortierung, in dieser Farbcodierung. Und der Sinn und Zweck dahinter ist recht einfach erklärt. Der Vorteil ist, wenn wir hier mit vielen Menschen in der Community mit Ableton Live zusammenarbeiten, dass man möglichst immer auf den ersten Blick schnell klarkommt in einem fremden Projekt von jemand anderem. Daher die Konvention. Das ist so eine Besonderheit. Es gibt noch mehr Besonderheiten. Eine ist relativ auffällig. Hier passiert alles in deutscher Sprache. Das liegt daran, wir sind hier im Team alle deutsche Muttersprachler. Mehr oder weniger Hochdeutsch. Und ja, so sieht es halt einfach aus. Und eine weitere Besonderheit sind die Live-Calls. Das ist jetzt wahrscheinlich im Jahr 2023 keine so große Revolution mehr. Wir machen das allerdings schon seit fünf, sechs Jahren. Jede Woche mit Zoom. Also schon vor Corona ging das los mit den Live-Calls. Und das ist natürlich super praktisch, weil, du wirst es gleich auch sehen, wenn der Erklärbär für dich ansprechbar neben dem Ableton Live zu sehen ist und man überhaupt mit einer größeren Gruppe da an einer Sache arbeitet, das ist natürlich mega hilfreich. Speaking of which, wir nutzen hier in den Tutorials Ableton Live konkret die Ableton Live 11 Suite. Und dazu noch die Bemerkung, natürlich, es gibt ganz viele andere gute Musiksoftwares da draußen. Cubase, Logic, Fruity Loops, um nur ein paar zu nennen von einer sehr langen Liste. Und wir nutzen teilweise auch andere DAWs als Ableton. Aber erklärt wird hier alles in Ableton Live. Und wir legen auch Wert darauf mit den Bordmitteln von Ableton Live, sodass wir hier sowas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner haben, bei dem jeder und jeder mitarbeiten kann. Das ist eine Besonderheit. Eine weitere Besonderheit, die mir sehr am Herzen liegt, ist das Thema echte Ergebnisse. Ich habe heute erst wieder mit mehreren von euch telefoniert und einer hat mir erzählt, dass er vor zwei Jahren schon mal bei mir in den Newsletter gekommen ist und seitdem versucht, Musikstücke fertigzustellen und irgendwie halb YouTube leer geguckt hat und auch mal irgendwo anders für einen Videokurs da eingestiegen ist und den nicht richtig durchgezogen hat. Und da sind wir hier sehr stark drauf gepolt. Wir stehen auf echte Ergebnisse. Jetzt demnächst kommt wieder unsere jährlich erscheinende Compilation Mission Horizons raus. Da sind ausschließlich Titel drauf, die von Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Kurse und Masterclasses produziert wurden. Häufig ist es der erste Titel, den sie veröffentlichen. Wir haben gerade in die Mission Horizons 2023 reingehört. Da nochmal Hugs and Kisses an alle, die da bei dem Projekt dabei waren. Es sind einige heute Abend hier mit am Start. Und die Mission Horizons 2024 steht dann ja auch schon in den Startlöchern und erscheint am Freitag vor Heiligabend. Über diese Sache hinaus veröffentlichen übrigens viele Leute aus dieser Community regelmäßig ihre Musikstücke auf Spotify, Apple Music und so weiter, die die halt schon ein bisschen weiter sind und Spaß daran haben, das Ganze auch zu präsentieren. Und das sind die echten Ergebnisse. Und echte Ergebnisse führen auch zwangsläufig zu Songs and Stories. Es gibt so unendlich viele Geschichten, die ich gerne an dieser Stelle erzählen würde, die einfach erzählenswert sind und charmant. Aber die Zeit nehmen wir uns natürlich nicht. Wir haben ja keine Zeit. Aber so zwei, drei ansatzweise Geschichten. Das hier zum Beispiel ist Mary, unsere härteste Technoproduzentin mit ihren zarten 69 Jahren, die in diesem Jahr zum ersten Mal einen Auftritt auf einem Live-Festival hatte. Hier mit Ableton Live, siehst du sie auf der Bühne, und mit der Ableton Push. Und das zeigt natürlich auch, die beste Zeit, um mit dem Training anzufangen, ist immer jetzt. Es ist nie zu spät, ganz im Gegenteil. Und ein weiterer Mensch, der heute Abend auch hier ist, liebe Grüße, Stefan. Der Stefan Beutel. Ich kann mich erinnern, als wir zum ersten Mal telefoniert haben, Stefan, vor anderthalb Jahren, da hast du mir mal erzählt, dass du schon seit 20 Jahren Musik versuchst, mit dem Computer zu produzieren und nicht so richtig zufrieden wärst. Und wenn du jetzt, du würdest es noch einmal mit Music-Tutorials probieren und wenn das nicht klappt, den ganzen Mist verkaufen. Zitat Ende. Jetzt mittlerweile schauen wir auf dein Spotify-Profil und sehen, es sind schon mindestens zehn Tracks veröffentlicht. Hier sieht man die ersten fünf im Anschnitt. Und ihr arbeitet gerade zu dritt an eurer ersten Vinyl-Schallplatte, wo ihr die Geschichte der Raumfahrtmission Apollo 11, also der Mondlandung nach, erzählt musikalisch, was wirklich ein Hammer-Projekt ist, wo ich auch nur jedem empfehlen kann, sich diese Schallplatte zu sichern als Unterstützerin oder Unterstützer und dieses Vinyl zu sichern, sei es, um es wirklich zu hören oder sei es, um es sich an die Wand zu hängen. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt mit Originalfunksprüchen von damals. Und du merkst auch schon, wenn ich hier in die Storys abgleite, ja, eine Besonderheit bei Music-Tutorials, das ist die echte Gemeinschaft. Wir treffen uns einmal im Jahr in Berlin, sind da im Club, haben einen Club gemietet, machen da DJ-Workshops, sind bei Ingo im Studio. Ingo, der heute Abend auch durch den Abend leitet. Hier sieht man Ingo im Full-Performance-Mode, mitten im Erklären zwischen analoger Technik und Ableton Live auf dem MacBook. Und ja, heute Abend sprechen wir über die Houseparty. Ein bisschen auch der rosa Elefant, der im Raum steht. Deswegen sage ich da gleich mal zwei, drei Worte zu. Houseparty, eigentlich, es gibt zwei Geschmacksrichtungen. Wir sprechen ja heute über Deep House Music und wie du einen professionell klingenden Deep House-Track Enabled & Live produzierst. Tatsächlich ist Deep House ein breites Feld, kann man sagen. Wenn du bei Beatport zum Beispiel nach Deep House suchst, wirst du da sehr unterschiedliche Musikstücke finden, aus unterschiedlichen Richtungen, die aber alle unter diesem Begriff subsummiert werden. Wir werden das gleich mal ein bisschen auseinandernehmen und zwei sehr unterschiedliche Referenz-Tracks hören. Die Gemeinsamkeiten haben aber auch Unterschiede und die beide aber trotzdem dem Genre Deep House zugeordnet werden. Und es gibt eben die Houseparty, beziehungsweise zwei verschiedene Housepartys. Das ist unser Trainingsprogramm, wo du das eben selber lernen kannst. Und es startet nächste Woche. Es gibt da verschiedene Angebote, verschiedene Größen von Leistungspaketen, die wir dir anbieten können. Aber wir werden das heute zwar anreißen und ein paar Worte zu sagen. Ich mache es jetzt ja auch gerade. Aber wenn dich das tiefergehend interessiert, heute um 22 Uhr schicken wir dir dazu eine E-Mail mit einem Angebotsvideo. Und da, das geht so 20 Minuten, da wird es ganz genau erklärt, was es gibt, wie die Konditionen aussehen, wie es mit Ratenzahlung auszieht, mit mathematischen Beispielen und so weiter. Guck dir dann das an und dann können wir da im Nachgang zu sprechen. Heute soll es nämlich vornehmlich um den Content gehen. Und ja, sprechen wir mal drüber, was ist denn heute überhaupt auf der Agenda? Was machen wir heute in welcher Reihenfolge? Wir starten mit einer Einleitung. Da sind wir im Grunde genommen schon mittendrin. Herzlich willkommen in der Einleitung. Dann hören wir gleich als nächstes mal zusammen die beiden Deephouse-Referenz-Tracks. Ich werde mal Ingo nach vorne holen und er wird sein Ableton Live übertragen. Und dann startet damit im Grunde genommen das eigentliche Schnuppertraining, dass wir dir mal aufzeigen, wie du mit Bordmitteln der Ableton Live Suite Nummer 11, nämlich 10 geht genauso, da hast du halt einige Funktionen nicht, aber mit den Bordmitteln der Ableton Live Suite solche Ergebnisse selber zustande bringen kannst und produzieren kannst. Kurz zu uns. Wer sind wir eigentlich, dass wir mit dir über dieses Thema oder zu dir über dieses Thema sprechen können? Ich bin Dennis, das dürfte sich im Vorfeld rumgesprochen haben, auch durch meine E-Mails. Ich bin Tontechniker und Fachbuchautor im Bereich Ableton Live und Gründer von Music Tutorials. Ich bin Chef hier bei Music Tutorials gewissermaßen und hier dreht sich eben alles um Ableton Live, wie du ja schon mitbekommen hast. Und Ingo ist da unser, ja, wichtigster Coach, mag ich sagen. Ingo ist fast mit am längsten dabei, ist fast die Zelteste und Ingo deckt unglaublich viele Genre ab, nämlich das Genre Techno, das Genre Haus. Deswegen ist er auch heute Abend hier und leitet den Abend fachlich und auch mittlerweile seit diesem Jahr das Genre Chill Out. Ingo ist studierter Jazzmusiker, Jazzposaunist, wohnt in Berlin, hat dort sein Tonstudio, da haben wir gerade schon ein Bild rausgesehen. Und wenn du dich fragst, wo kommt der exotische Name eigentlich her? Ingo, das kommt aus dem Englischen und heißt so viel wie in etwas hineingehen. Bevor wir in die Referenztracks reingehen, letzter Gedanke von meiner Seite, das Schnuppertraining heute, der Schnupperkurs. Ja, das ist natürlich auch so wie eine Probefahrt im Autohaus. Wir machen das hier, damit du mal auschecken kannst, was hier läuft bei Music Tutorials und es ist für dich im Grunde genommen die ideale Entscheidungsgrundlage, ob du dann auch weiter mit uns zusammenarbeiten möchtest in der Hausparty oder in den unterschiedlichen Programmen, die wir da anbieten. Deswegen nochmal als kleiner Denkanstoß, drei Aufgaben für dich heute Abend. Achte mal natürlich vor allen Dingen auf den Musikstil. Achte mal darauf, ob dir der Sound gefällt, weil wenn er dir nicht gefällt, dann kann ich dir nur davon abraten, die Hausparty zu buchen. Vielleicht passt du dann in einen unserer anderen Kurse. Vielleicht, wenn du auf Schlager oder Rock stehst, passt du woanders viel besser hin. Also achte mal auf die Musik und ob sie dir gefällt. Achte auf den Coaching-Style, wenn Ingo jetzt gleich erklärt. Achte auf den Nasenfaktor. Ist Ingo jemand, von dem du dir auch gerne etwas erklären lassen möchtest? Oder auch meine Person natürlich. Und achte auch mal auf die Community, denn wie ich das gerade schon mit Fotos und Händen und Füßen versucht habe, dir zu erklären, die Community ist hier etwas ganz Besonderes und mit Verlaub im deutschsprachigen Raum und auch generell völlig einzigartig sowas. Wirst du kein zweites Mal finden. Ableton Live für Berufstätige. Das bedeutet, hier ist auch ein etwas höherer Altersdurchschnitt und die Leute gehen sehr höflich und respektvoll miteinander um. Es herrscht eine große Hilfsbereitschaft. Achte mal drauf, ob dir das gefällt. Ja, der Worte gibt es viele bis hierher, der Musikstücke noch wenige. Und deswegen würde ich als allererstes mal sagen, hey, hallo Ingo, liebe Grüße nach Berlin. Kannst du uns denn überhaupt hören oder sehen? Bist du am Start? Ja, ich kann euch hören und sehen. Beides sogar. Sehr gut. Ja, schöne Grüße. Schöne Grüße aus Berlin. Wir machen uns warm für die kalte Jahreszeit. Ja, das ist jetzt ja das erste Mal seit ein paar Monaten und ich freue mich sehr, dass wir dich heute wieder am Start haben. Und ja, wir wollen mal als erstes die Übertragung wechseln, dass du dein Ableton Live nach vorne holst. Wie sieht es aus? Ja, gerne. Du siehst, ich habe schon meinen warmen Pullover an. Es wird auf jeden Fall kalt, aber vielleicht wird es ja mit der Musik jetzt ein bisschen heißer. Vielleicht werde ich den Pullover runterreißen nach den Tracks gleich. Gut, ich werde mal meinen Bildschirm teilen und dann sehen wir auch schon das Ableton Projekt. und ja, du hast ja eigentlich schon alles erklärt zu dem Ganzen. Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein Berliner Weihnachtspullover, schwarz-weiß. Das kann man dem Berghain tragen wahrscheinlich. Für das Berghain ist noch ein bisschen zu viel Weiß drin. Sisyphus würde vielleicht gehen damit. Gut, ja, mein Bildschirm ist da. Ich muss hier gerade noch auf den Stereo-Mode umschalten, damit man das Ganze auch schön im Stereo hört. Ja, Dennis, du hast ja schon alles erklärt. Es geht um zwei House Tracks, nicht nur um einen, sondern um zwei. Wir haben einmal einen ganz, ganz klassischen Deep House Track, wie in den 90er Jahren, eher undergroundig, extrem auf Club getrimmt, das Ganze. Also ganz, ganz klassischer Oldschool Deep House. Und dann haben wir im Gegensatz dazu eher die kommerziellere Variante, die mainstreamigere Variante, die so eher in die Richtung Monolink geht. Ich weiß nicht, was besser ist von beidem. Eigentlich ist nichts besser von beidem, sondern man kann nur sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir oder beides gefällt mir. Interessant ist, dass beide sehr viele Gemeinsamkeiten haben, aber auch ein paar entscheidende Unterschiede. Und genau auf das werde ich gleich eingehen. Aber bevor ich hier zu viel laber, würde ich sagen, wir hören mal rein. Hier ist der erste Track, das ist der Fuji Sun. Hier, das ist das komplette, komplette Live Set, Ableton Live Set. Wie Dennis schon gesagt hat, alles, was wir jetzt hören werden, ist mit Ableton Board Mitteln gemacht. Also kann man definitiv nachbauen und du wirst es auch nachbauen können. So, bevor ich weiter laber, hier ist der erste Track, Fuji Sun, das ist eher der Mainstreamigere Diebhaus. Pause. Musik 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 Perfekte Stille, um abzubrechen. Ein schöner, grooviger Deep House mit einer schönen Melodie drin, ein paar schöne Sounds. Wavetable ist hier sehr viel drin, der Operator ist auch drin. Gut, bevor ich hier weiter anfange zu erklären, dann springen wir gleich rüber auf die I Feel Deeper. Und logischerweise, wer hier aufgepasst hat, der weiß natürlich, dass das Ganze hier jetzt der ganz, ganz klassische, eher undergroundige Haus ist. So, wo springe ich hier rein? Ja, vielleicht doch gleich hier, wo der Cursor steht. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 relativ klar. Das erste ist das Arrangement. Das Arrangement ist bei beiden Tracks ungefähr gleich. Es handelt sich um DJ-Musik. Das heißt, ein DJ oder eine DJ muss das Ganze auflegen können und somit ergibt sich auch das Arrangement bzw. auch die Länge der Tracks. Sie sind beide um die sieben Minuten rum mit einem klassischen Intro, Main Part, einer Bridge, nochmal Main Part, Outro. Intro und Outro ist für einen DJ zu mixen. Und das ist wirklich bei beiden Tracks ungefähr gleich. Ja, klassische DJ-Musik. Muss man so arrangieren. Es soll ja auch im Club gespielt werden. Das heißt, nett zu den DJs sein. Okay, die nächste Gemeinsamkeit ist, es hat beides einen ganz, ganz klassischen Housebeat. Ich spring vielleicht mal, wo spielt man viel? Hier läuft relativ viel. Ich spring mal hier rein und lass mal kurz nur den Beat laufen. Ganz, ganz klassisch. Zur Kickdrum kommt eine Hi-Hat. Ganz klar, die Kickdrum ist 4 on the Floor. Die Hi-Hat hat ein Offbeat hier drin. Wir haben ein Backbeat mit dabei. Und dann kommen noch ein paar Percussions dazu. Tempo ist 122 BPM. Ich glaube, der andere ist auf 123 BPM. Also im klassischen House-Tempo. Klassischer Housebeat. Schön groovig. Nicht zu funkig. Wenn er zu funkig wird, dann wären wir im Garage House und nicht mehr im Deep House. Er ist eher von Soul R&B beeinflusst. Soul R&B, Jazz beeinflusst dieser Beat. Ja, ganz, ganz klassischer Housebeat und der ist bei beiden relativ ähnlich. Werde ich dir natürlich auch zeigen, wie man diesen Beat ganz genau aufbaut. Wie man hier so eine Effektkette bei der Kickdrum zum Beispiel macht, damit sie schön klingt. Es werden ein paar interessante Sachen dazu kommen. Das erwähne ich hier mal kurz. Zum Beispiel der Shaker ist sehr interessant. Ich mache ihn mal lauter. Und wenn man hier genau drauf schaut, da steht Bohnenkraut und Sesam. Die Shaker habe ich selbst aufgenommen bei mir in der Küche. Das ist ganz einfach. Geht in die Küche und schaut mal, was für Streuer ihr alles habt. Das Bohnenkraut, das war, glaube ich, in einem Plastikbehältnis drin. Und wenn man das schön schüttelt, schaut übrigens, dass der Deckel zu ist. Sonst wird es vielleicht problematisch, das Ganze. Dann freut ihr euch, wenn ihr die Küche putzen dürft. Also schauen, dass der Deckel zu ist. Das Ding einfach ein bisschen schütteln und schon ist der Shaker aufgenommen. Sesam war in einem Glasbehälter. Und ich fand beide zusammen sehr, sehr cool. Deshalb laufen hier gleich beide. Sehr, sehr schön. Also solche Sachen werden gemacht. Hier der Frosch ist vielleicht auch interessant. Der wird hier in der Community schon der Reberfrog genannt. Einfach, weil ich ihn öfter einbaue bei meinen Sachen. Und weil ihn die Community irgendwie mag. Auch der ist selber aufgenommen. Auch hier gibt es was Interessantes. Ich habe hier ein kleines Round-Robbing-Ding gemacht. Auch das kommt alles im Kurs dran. Beat ist bei beiden genau gleich. Mehr oder weniger genau gleich. Ich habe teilweise sogar die gleichen Instrumente verwendet. Der Shaker zum Beispiel kommt in beiden. Der Frog kommt in beiden Tracks vor. Also das heißt, hier ist definitiv die Gemeinsamkeit. Arrangement ist gleich. Beat ist gleich. So, was ist denn anders? Anders ist definitiv die Harmonik des Ganzen. Wenn man sich mal das hier anhört. Ich bin hier beim Fuji-Sun. Diese schöne Melodie und diese schönen Akkorde, die hier dabei sind, das ist eher Singer-Songwriter beeinflusst. Also rein von der Harmonie-Lehre gehe ich hier in ein Singer-Songwriter-Umfeld, während der Fuji, der I Feel Deeper, der eher undergroundige Track, der ist eher von Jazz beeinflusst. Und genau da ist eben der Unterschied in den Melodien, in der Baseline und in den Akkorden. Gut, ich habe jetzt das böse Wort Harmonie-Lehre in den Mund genommen. Das ist natürlich immer ein gewisses Problem, wo es allen alles zusammenzieht. Ich habe das Glück, ich bin studierter Jazzmusiker. Ja, da macht man notgedrungen sehr viel Harmonie-Lehre. Ist auch nicht so schlecht. Allerdings, du wirst in fünf bis zehn Minuten sehen, man braucht gar kein Wissen über Harmonie-Lehre und kann trotzdem so ein Singer-Songwriter-Ding machen. Beziehungsweise auch die jazzige Variante im eher undergroundigen Deep House Track. Gut, da springe ich doch gleich mal rein und erkläre, wie das Ganze gemacht ist. So, ich lösche mal genau an dieser Stelle, wo ich hier bin, lösche ich mal meine Bässe raus. Ich habe hier zwei Bässe, einmal einen Electric Bass, einmal einen Sub-Bass. Den Electric Bass, vielleicht hören wir ihn kurz nochmal solo an. Okay, hier ist er gefiltert. Sehr angelehnt an einen natürlichen Bass. Ich habe hier auch ein Preset von Ableton genommen, Electric Driven Bass. Erinnert sehr an Popmusik, an Rockmusik. Da spielt man genau solche Bässe. Wie gesagt, das Ganze ist Singer-Songwriter beeinflusst. Also, wir sind hier von der Harmonik eher im Pop-Rock-Bereich als im Jazz-Bereich. Genau deshalb habe ich mich auch im Bass für so einen eher E-Bass, ganz, ganz klassischen E-Bass entschieden. Gut, Soundmäßig ist das Ganze. Aber es geht ja eigentlich um die Harmonien, die hier drin sind. Auch die Keyboards hier, die werde ich mal rauslöschen. Die Gitarre, die mute ich hier. Gut, die Melodien übrigens, die ergeben sich dann einfach aus diesen Harmonien, die wir hier finden. Sobald man die Akkorde hat, ab dann ist der Track im Prinzip fertig, weil die komplette Melodie hier, die kommt einfach nur über die Akkorde zusammen. So, die werde ich auch mal hier raus muten. Übrigens, Muten geht ganz einfach in Ableton auf, den Clip draufdrücken und die Null drücken. Und das Ganze ist gemutet. Braucht man immer mal wieder, vor allem, wenn man Dinge ausprobieren will. Okay, dann gehen wir hier in den Bass. Man fängt normalerweise mit dem Bass an, mit dem Fundament. Wenn das Fundament steht, hat man auch die Akkorde. Du wirst gleich sehen, wie einfach das Ganze ist. Okay, ich mache mir hier mal einen MIDI-Clip auf. Ich nehme hier mal vier Takte. MIDI-Clip und der wird über die Länge gezogen. So, gut. Wie gesagt, ich habe das böse Wort Harmonielehre in den Mund genommen. Du brauchst nichts wissen über Harmonielehre. Das geht nämlich ganz, ganz einfach. Seit Ableton 11 gibt es dieses wunderbare Scale-Tool. Oder hat es das schon in 10 gegeben? Nein, 10 glaube ich nicht. Das gibt es erst in Ableton 11. Dieses wunderbare Scale-Tool. Das heißt, Ableton übernimmt für mich die Harmonielehre. Perfekt. Absolut perfekt. So kann ich ganz, ganz schnell schöne Basslines, schöne Akkorde machen, ohne zu wissen, was ich da überhaupt tue. Gut. Das heißt, das Erste, was wir jetzt machen in diesem MIDI-Clip, ist, wir drücken das Scale-Tool an. In diesem Scale-Tool kann ich jetzt eine Tonart einstellen. Ich habe mich für den Grundton D entschieden. Klingt sehr gut. Beziehungsweise, das kommt dann im Tutorial, hat ein bisschen was mit der Kick-Drum zu tun. Ich werde da genau erklären, warum D. Aber im Prinzip kannst du nehmen, was immer du willst. Und dann habe ich hier eine Tonleiter genommen, Dorian. Da muss ich kurz was über Tonleitern sagen. Es gibt Dur und es gibt Moll. Das sind die zwei Tongeschlechter, die wir haben. Unsere Ohren mögen den Klang von Moll ein bisschen mehr als der von Dur. Deshalb sind auch so ungefähr alle elektronischen Lieder, alle House-Songs sind in Moll gehalten. Nicht alle, aber der Großteil davon ist in Moll gehalten. Gefällt uns irgendwie mehr. Moll ist immer ein bisschen düsterer, ein bisschen tiefgründiger, melancholischer. In der Schule lernt man, Moll ist traurig. Ich finde, traurig trifft es nicht. Es ist eher melancholisch-tiefgründiger. Eher ein bisschen weicher, der Klang. Dur dagegen ist eher fröhlich, eher spitz, eher ein bisschen aggressiver. Und deshalb, irgendwie gefällt uns Menschen das. Das heißt, ich werde mich für eine Moll-Tonleiter entscheiden. Die klassische wäre hier, wenn ich auf Miner drücke. Das ist die natürliche Moll-Tonleiter oder auch die äolische Tonleiter. Kann man alles gleich wieder vergessen. Merkt euch einfach, Miner ist das Wort für Moll in Englisch. Major ist übrigens das Wort für Dur, auch in Englisch. Es gibt aber noch mehr Moll-Tonleitern. Und sehr, sehr schön klingt Dorian, die dorische Tonleiter, beziehungsweise Phrygian, die phrygische Tonleiter. Das heißt, merkt euch, Miner, Dorian, Phrygian. Miner klingt am gefälligsten. Dorian hat ein bisschen mehr Würze drin. Phrygian klingt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen spanisch, beziehungsweise orientalisch, ist die, die am meisten Spannung erzeugt. Also merkt euch einfach nur, Miner, Dorian, Phrygian. Die drei kann ich nehmen. Man kann hier natürlich alle Tonleiter mal ausprobieren. Interessant sind die hier, die hier unten kommen. Aber da wird es gleich ein bisschen schräger. Das ist cool für Techno. Wenn ich jetzt einen gefälligeren Diebhaus-Song machen will, sollte man da eher die Finger davon lassen. Also, Miner, Dorian, Phrygian. Das habe ich so oft genug gesagt. Ich habe mich für Dorian entschieden. Das heißt, D-Dorian, D-Dorisch ist die Tonleiter. Und man sieht übrigens sofort, wenn ich hier diesen Scale anmache, dann fängt es an, hier gelb zu leuchten. Einmal dicker, das ist der Grundton. Das ist jeweils das D. Hier, alle Ds, die sind ein bisschen größer drin. Und alles andere, was jetzt gelb ist, das sind die Töne der D-Dorischen Skala. Das heißt, wenn ich hier jetzt nur gelbe Töne verwende, dann bin ich komplett in der Dorischen Tonleiter. Ohne zu wissen, welche Töne das hat. Perfekt. Das ist doch genau das, was wir wollen. Und das Ganze geht noch weiter. Wenn ich jetzt hier an der Seite auch auf Scale drücke, dann verschwinden sogar die anderen Töne, die sozusagen die falschen Töne. Das ist gefährlich. In der Musik gibt es keine falschen Töne. Es gibt nur Töne, die einem nicht gefallen. Aber in dem Fall passt es wahrscheinlich zu sagen, die falschen Töne, die Töne, die nicht in der Dorischen Tonart sind, die verschwinden hier. Und ich habe jetzt nur noch Töne der D-Dorischen Tonart. Perfekt. Absolut perfekt. Und jetzt fange ich an, mir eine Baseline zu machen. Man sollte mit dem Grundton starten. Das heißt, ich starte hier mit dem D. Mit welchem D starte ich? Hier gibt es so viele Ds, mit welchem sollte ich starten? Da gibt es eine kleine Faustregel. Alles, was unterhalb des C2s ist, das sind Basstöne. Alles, was oberhalb des C2s ist, das sind Melodie- und Akkordtöne. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Synthesizer gestimmt ist, mit dem man spielt. Aber so als Faustregel kann man das sich merken. Es sollte auf jeden Fall sehr tief sein. Das heißt, hier das D2 liegt oberhalb des C2s. Das heißt, der fällt schon mal raus als Basston. Es fängt hier beim D1 an. Dann gehe ich mal hier auf den Kopfhörer. Sobald der an ist, höre ich etwas, wenn ich hier drauf drücke. Ich muss mal hierher springen, sonst habe ich hier einen Filter drauf. Der ist immer noch da. Jetzt ist er weg. Irgendwie springt mir hier der Filter an. Da müssen wir mal kurz schauen, wo der denn drin ist. Der ist hier drin. Den werde ich einfach mal kurz rauslöschen. Den brauchen wir sowieso nicht. So, jetzt klingt er schön dick. Der springt irgendwo hier hinten an und da war die Automation offen. Aber den brauchen wir sowieso nicht, den Filter. Das heißt, weg damit. Jetzt mal hier. Das ist ziemlich schön, das D. Ich schaue mal, wie die Oktav drunter klingt. Hat einen schönen Sound, aber ist mir zu undefiniert. Das heißt, ich nehme das hier. Und was ich jetzt mache, ist, ich nehme diese Note, ziehe sie über den ganzen Takt. So, und das Ganze dupliziere ich mir hier jetzt einfach mal. Okay, jetzt habe ich immer über den ganzen Takt immer wieder, ja, immer wieder im gleichen Ton. Jetzt fange ich einfach an, die Töne zu wechseln und schaue mal, welcher nächste Ton mir gefallen könnte. Und wie gesagt, wir sind hier im Scale-Tool. Ich kann nur die richtigen Töne erwischen. Es geht immer darum, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Also, nehmen wir vielleicht mal den hier. Na, geht besser, nehmen wir mal den. Finde ich cool. Vielleicht mal den ausprobieren. Würde auch gehen. Also, eigentlich der hier gefällt mir sehr gut. Dann, schauen wir mal, wie es dann da klingt, wenn ich hier hingehe. Ich habe das Gefühl, ich will dann nach unten gehen. Finde ich cool. Vielleicht noch weiter runter gehen. Cool. Fertig ist meine Baseline eigentlich. Und das Schöne ist, ab jetzt sind auch die Akkorde fertig. Ich mache mal hier drunter ein Klavier auf, aus dem einfachen Grund, man sollte Akkorde immer erst in einem Klavier anhören. Das Klavier von Ableton, das Grand Piano, ist sehr, sehr schön, hat einen sehr schönen Sound, kann man dafür auf jeden Fall nehmen. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach meine Baseline, kopiere sie mir und setze mir hier in das Klavier rein. Okay, ist zu tief. Ich habe vorher gesagt, überhalb des C2s, da fangen die Akkorde an. Also, das heißt, ich markiere mir hier drin alles, alle Basstöne und setze alles eine Oktave nach oben. Das geht ganz schnell. Einfach die Shift-Taste auf der Tastatur gedrückt halten und mit dem Pfeil nach oben. Und schon bin ich eine Oktave nach oben gesprungen. Und dann sehe ich, alles über dem C2, außer diese Note hier. Die ist unterhalb des C2s, also noch eine Oktave nach oben. Shift gedrückt halten, Pfeil nach oben. Zack, sind wir in der richtigen Tonlage. Gut, wie kriege ich jetzt Akkorde? Wir sprechen hier von Dreiklängen. Dreiklänge sind das typische im Pop-Bereich. Das heißt, die klingen sehr, sehr angenehm. Da ist wenig Spannung drin in den Akkorden. Das heißt, wir kümmern uns um Dreiklänge. Wie mache ich jetzt aber Dreiklänge? Ganz einfach, wir sind immer noch in diesem Scale-Tool. Das hier sind meine Basen. Und jetzt fange ich einfach an, eine Note auszulassen und die nächste draufzusetzen. So, eine Note auslassen und die nächste draufsetzen. Und schon habe ich den ersten Akkord. Ist übrigens ein D-Moll-Akkord. Aber im Prinzip brauchte ich das gar nicht interessieren. Klingt schön und ist ein richtiger Akkord. Ist ein Dreiklang. Perfekt. Und das mache ich jetzt hier bei jener Note. Eine Note auslassen, die nächste draufsetzen. Eine Note auslassen, die nächste draufsetzen. Und so weiter. Hier hinten das Gleiche. Und wir hören uns gleich an. So, hier am Schluss. Und fertig sind unsere Akkorde. Hören wir mal kurz rein. Sehr, sehr schön. Und wie gesagt, dich braucht gar nicht zu interessieren, was für Akkorde das sind. Wir haben hier zwar einen D-Moll-Akkord. Wir haben hier einen F-Dur, müsste das sein. Wo sind wir hier? Hier sind wir bei einem E-Moll-Akkord. Und hier hinten ein A-Moll-Akkord. Aber ist im Prinzip egal. Klingt gut. Sind auch überall die richtigen Töne. Und ab jetzt geht es eigentlich nur noch darum, kreativ damit umzugehen. Das heißt, wenn ich das jetzt anhöre. Das ist natürlich ein bisschen langweilig. Das heißt, ich habe hier ein bisschen Rhythmik reingebracht. Auch hier eine ganz, ganz klassische Pop-Rhythmik. Einfach nur jedes Achtel durchspielen. Wie ein Bassist oder eine Bassistin, die dumm, 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 dumm. Ganz, ganz einfach. So. Zack. Schon ist das Ganze erledigt. Und das mache ich jetzt natürlich bei allen Noten. So. Fertig. Gut, das Klavier ist hier natürlich jetzt auch langweilig, wenn das hier so einfach immer auf die Eins kommt. Das heißt, auch hier machen wir einfach eine Rhythmik rein. So. Das heißt, ich markiere alles, mache alles mal auf ein Sechzehntel. Und übrigens in jedem Takt mache ich den gleichen Rhythmus, wenn ich ihn erwische. Ja, so. Der muss weg. Dauert ganz kurz. Und dann geht es natürlich auch noch darum, hier die richtigen Instrumente zu finden. Und so, hier gehört der her. Und das habe ich natürlich schon gemacht. Ich werde das jetzt gleich runter in meinen Synthesizer kopieren, das Ganze. So, so ist der Rhythmus überall gleich. Den nehme ich jetzt hier und lasse ihn natürlich nicht im Klavier drin, sondern nehme es hier runter. Hier unten habe ich meine Keyboards. Da habe ich natürlich schon einen Synthesizer. Hier kommt das Ganze rein. Und dann hören wir mal. Und schon habe ich eine sehr, sehr schöne Bassline, eine schöne Akkordverbindung. Und übrigens, auch die Melodie, die kommt einfach nur aus diesen Akkorden. Das heißt, auch hier habe ich einfach auf dem Synthesizer diese ganze Geschichte hier drauf kopiert. Und jetzt geht es einfach nur darum, irgendwelche Töne rauszulöschen und hier eine schöne Melodie Verbindung, eine schöne Melodie reinsetzen. Also das heißt, bleibt im Prinzip alles einfach an den Akkorden hängen, beziehungsweise eigentlich an der Bassline. So, jetzt habe ich hier mal sowas gemacht, einfach mal für den ersten Takt. Beziehungsweise, was man dann noch machen kann, ist hier anfangen, die Töne in der Oktav zu verschieben, um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu machen. Und dann schauen wir mal, wie der erste Takt hier klingt. Ich nehme mal kurz die Akkorde raus, dann hört man es noch besser. Sie ist einfach nur Akkordtöne. Das müsste ich hier jetzt natürlich weiterführen. Also, das ist, ja, es ist einfach nur Akkorde machen. Sobald die Akkorde da sind, fertig ist die Melodie, fertig ist im Prinzip der Haustrack. Dann geht es nur noch ums Arrangement, beziehungsweise natürlich auch ein bisschen ums Sounddesign. Ich habe hier einen schönen Synthesizer in der Melodie gebaut mit dem Wavetable. Auch das ganz, ganz einfach. Du wirst sehen, das ist überhaupt nicht schwer. Aber eben, ich wollte zeigen, man braucht keinerlei Harmonielehre Wissen, um das zu machen. So, jetzt springe ich noch ganz kurz rüber auf den Eiffel Deeper. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn es um Jazz geht? Jazz ist tausendmal schwieriger als Popmusik. Wie geht es jetzt hier mit den Akkorden? Auch hier überhaupt kein Problem, beziehungsweise mit der Baseline geht es. Gar nicht um die Akkorde, wie um die Baseline geht es. Auch hier ganz, ganz einfach das Ganze. Ich springe mal hier rein, vielleicht hier hinten. Da läuft viel vom Beat. Und ich gehe mal hier in den Bass rein. Oder wir hören nochmal kurz rein. Man hört auch schon, der Beat ist der gleiche. Jetzt gehe ich mal hier rein und wir schauen uns mal hier die Baseline an, die wir haben. Ich lösche auch hier die Baseline raus. Und auch hier meine Akkorde lösche ich alle raus. So. Haben wir nur noch den Beat. Gut. Hier, ich mache mir mal einen zweitaktigen MIDI-Clip. Und auch den ziehe ich mir hier länger. So, ich habe hier übrigens zwei Bässe. Einer, der eher ganz tief im Sub-Bass-Bereich untenrum spielt. Und einer, der ein bisschen mehr Attack hat. So einen typischen Plugged-Bass. Oh, ich muss mal ganz kurz meinen Strom anschließen. So. Sonst bin ich gleich weg. Also das heißt, zwei verschiedene Bässe. Ich fange mal mit dem einen hier an. Und ich zeige dir auch gleich, beziehungsweise... Na ja, da müssen wir schauen, welcher von beiden besser hörbar ist. Ähm, so. Und ich fange jetzt hier an. Ich könnte hier jetzt natürlich auch wieder das Scale-Tool nehmen. Nehme ich aber nicht. Wir können hier ein bisschen freier agieren. Wichtig ist hier wieder zu wissen, unterhalb des C2s, da liegen die Basstöne. Also das heißt, irgendeinen Ton... Irgendeinen Ton von hier unten werde ich nehmen. Ich nehme vielleicht auch das gleiche D, dass wir in der gleichen Tonlage sind. Also auch hier fange ich mit einem D an. Und jetzt geht es einfach mal drum, wir bleiben auf diesem D und wir machen uns ein bisschen einen Rhythmus. Wir schauen mal, was uns rhythmisch gefällt. Jetzt... So, ich mache hier mal einfach einen Rhythmus. Okay, denn hier kann ich länger... Ähm, ich lege es mal vielleicht runter in den Plugged Sound. Da hört man ein bisschen besser den Rhythmus. Ich kapiere das mal hier. Okay, man hört es hier im Plugged ein bisschen besser, deshalb wechsle ich mal auf den Plugged. Ich habe auch extra hier den Delay ausgemacht im Effekt drin, dass man wirklich schön den Rhythmus hört. Und das ist der erste Schritt. Du suchst dir eine Bassnote und machst einfach einen schönen groovigen Rhythmus. Da kann man schon ein bisschen Zeit damit verbringen, bis der Rhythmus wunderschön ist. Okay, und jetzt fange ich an, einfach die Töne zu verschieben. Und wir kümmern uns absichtlich hier um keine Tonleiter. Was gut klingt, ist gut. Also das heißt, vertraue hier auf deine Ohren und mach dir keine Gedanken über eine Tonleiter. Das finde ich eigentlich sehr cool. Jetzt muss ich es aber nach unten gehen. Und wenn der gefällt, weiß ich noch nicht. Nicht schlecht. Ah, den finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Noch weiter. Okay, gefällt mir. Und das war jetzt wirklich rein nach Gehör. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was für Töne das sind, in welcher Tonleiter wir hier sind. Ich könnte die Tonleiter wahrscheinlich erklären, aber ist völlig unnötig. Geh rein nach dem Gehör und vertraue auf dein Gehör. Okay, diese Bassline kopiere ich jetzt natürlich nach hier oben. Sind übrigens bei beiden Songs nicht die Basslines, die ich im Original drin habe. Das sind wirklich komplett neue Basslines. Die gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Okay, sehr cool. Ich mache hier im Plugged übrigens wieder den Delay an, dann kommt die Sache noch schöner. Okay, wie finde ich jetzt die Akkorde dazu? Auch das ist ganz, ganz einfach. Ich nehme diese Bassline, kopiere sie mir und lege sie mir hier einfach auf meinen FM-Cord-Synthesizer. So, und der Trick bei der ganzen Sache ist, wenn ich das Ganze hier jetzt in meinem FM-Synthesizer habe. Okay, der ist wahrscheinlich auch nach oben gestimmt, das Ganze. Sollen wir hier mal schauen. Vielleicht setze ich es in die Oktave nach oben. Also, alles wieder markieren. Müssen wir nachher mit den Akkorden anhören, ob es zu tief oder zu hoch ist. Ich lasse es mal kurz hier. Gut, wie kriege ich hier jetzt einen Akkord zusammen? Ich mache übrigens hier mal den Decay ein bisschen länger. Mal schauen, ist hier der, im Filter ist auch einer drin. Okay, jetzt hört man so ein bisschen besser das Ganze, die Töne ein bisschen besser. Okay, das sind jetzt ja noch keine Akkorde. Wie kriege ich jetzt Akkorde hin? Auch das ist ganz, ganz einfach. Wie mache ich jazzige Akkorde? Ganz einfach. Ich gehe hier auf MIDI-Effekte. Ich nehme hier das Chord-Tool. Und das lege ich mir hier vor den Operator. Hier kann ich jetzt einfach Akkorde dazugeben, Akkord-Töne dazugeben. Dazu muss ich natürlich wissen, wie Akkorde aufgebaut sind. Also, ganz kommt man nicht um die Harmonielehre vorbei. Aber ich habe auch hier eine kleine Hilfe für dich. Es gibt hier den Musiktheorie-Spickzettel von Music Tutorials. Und da kann ich mir Akkorde anschauen, wie die aufgebaut sind. So, ich zoome hier mal ein bisschen rein in das Ganze. Und dann schauen wir mal. So, jetzt sind wir ein bisschen mehr drin hier. Gut, hier steht so alles drin vom Quintenzirkel. Hier sehen wir übrigens historisch-frügisch, woher das Ganze kommt. Also, das ist so ein bisschen ein Spickzettel, wenn es um Harmonielehre geht. Sehr, sehr schön das Ganze. Und wir haben auch hier Akkorde drin. Ich will natürlich in einem Moll-Akkord bleiben. Moll ist 1, B3 und 5. Das sind die Intervalle. 1, B3, 5. Das ist der Grundton. Kleine Terz, Quint. Um Jazz-Akkorde zu machen, müssen wir weiter hier runter schauen. Ein Moll-9-Akkord zum Beispiel. Das ist ein wunderschöner Jazz-Akkord. Der hat die 1, B3, 5, B7 und die 9 drin. Okay, was bringt mir das jetzt für mein Chord-Tool, das ich hier habe? Ganz einfach. Moll-9-Akkord, 1, B3, 5, B7, 9. Die Töne will ich drin haben. Die 1, den Grundton, habe ich ja sowieso drin. Jetzt muss ich die nächsten Töne dazu machen. Dann komme ich hier rüber. Hier oben ist es. Intervalle. 1, 0 Halbtöne. Die ist ja sowieso schon dabei. Wir haben hier eine B3, eine kleine Terz drin. Das sind drei Halbtonschritte. Also gehe ich hier auf den ersten Shift und sage, plus drei Steps, das heißt drei Halbtöne nach oben. Schon habe ich den ersten Akkordton. Dann, wir haben gesagt, eine 5 ist drin. Hier, das ist die Quinte, die 5. Das sind sieben Halbtonschritte. Also gehen wir hier auf Shift und plus 7. Und schon. Okay, und da wir hier raus sind aus der klassischen Funktionsharmonie, klingt das sofort ein bisschen jazzig. Aber ich will es noch jazziger machen. Ich habe gesagt, da kommt noch eine B7 rein. Das sind zehn Halbtonschritte. Und dann kommt noch die 11 dazu. Die 11 ist wie die große Sekunde, also zwei Halbtonschritte. Das heißt, ich kann hier noch die 2 dazu geben und die 10. Und jetzt wird es sofort sehr jazzig. Die 2 hier, die setze ich übrigens noch eine Oktav nach oben. Auch hier Shift drücken, Pfeil nach oben und schon sind wir auf plus 14. Und haben wir diese Spannung, die Jazz erzeugt, die Jazz-Akkorde erzeugen. Jetzt machen wir hier den Decay wieder ein bisschen kürzer. Auch im Filter muss ich den ein bisschen kürzer machen. Und schon habe ich hier diese wunderschön jazzige Akkordverbindung drin in einem ganz klassischen FM-Synthesizer. Das Ganze hier wird noch gedoppelt, beziehungsweise ich bin zu früh mit dem Doppeln. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen interessanter zu machen, mache ich hier einfach noch ein bisschen die Rhythmik rein. So, vielleicht hier einen. Dann der ist sehr cool. Den lassen wir kurz. Den hier, den verdoppeln wir auch. Machen hier vielleicht einen hin und hier. Den hier lassen wir. Den hier verdoppel ich auch. Bringen vielleicht hier nochmal. Und den letzten machen wir so. Der hier gefällt mir nicht. Nehmen wir raus. Okay, und jetzt geht es einfach nur noch darum, das Ding hier zu verdoppeln. Hier in dehnen. Und da sehen wir schon, da bin ich definitiv eine Oktav zu tief. So, jetzt passt es. Und auch den eine Oktav nach oben. Und fertig ist das ganze jazzige Ding hier. Auch das, du siehst, ohne irgendwelches Wissen in Harmonielehre mit ein paar kleinen Tricks. Auch hier kommt man ganz, ganz schnell zum Ziel. So, das war natürlich jetzt alles sehr schnell erklärt. Das Ganze wird in den Kursen viel, viel deutlicher, viel klarer erklärt. Dort kannst du dann auch zurückspulen und das Ganze nochmal anschauen. Und wie gesagt, wir fangen von null an bei den Kursen. Es geht wirklich los mit Kickdrum erstellen, Hihat dazu, Nesclap dazu, dann die Baseline machen. Genau mit diesen Tricks, die ich gerade gezeigt habe und so weiter. Übers Arrangement hin zum fertigen Mix und dann geht das Ganze raus in die Welt auf Spotify. Und du hast deinen ersten Track oder vielleicht deinen 15. Track. Vielleicht hast du ja auch schon ein paar produziert. Weiß man ja nicht. Gut, das war es mal hier kurz von mir. Ich gehe mal zurück an Dennis. Ja, vielen lieben Dank erstmal, Ingo, für deine Ausführungen heute Abend. Grandios, kann ich nur sagen. Der Stefan Beutel hatte gerade auch in den Chat geschrieben. Vielen Dank, Ingo, für das Weltklasse-Coaching. Ja, großes Lob hier. Vielen lieben Dank an der Stelle erstmal. Ja, gerne, gerne. Ich würde sagen, wir machen mal weiter im Programm und wir werden gleich eine Frage- und Antwort-Session durchführen, wo ihr euch entweder per Chat beteiligen könnt, dass ihr eure Fragen in den Chat einfach reinschreibt oder wo ihr auch das Mikrofon nutzen könnt und die Webcam und mit uns sprechen, wenn ihr möchtet. Und Benjamin schreibt gerade auch, Ingo ist der Allerbeste. Yes, sie ist. Das ist der Erklärbär-Number-One. Und ich übertrage jetzt nochmal, bevor wir in die Question-and-Answer-Runde eintauchen, meinen Bildschirm. So. Und habe noch ein paar Gedanken mitgebracht. Und zwar, wenn du schon mal probiert hast, Ableton Live zu lernen oder auch grundgenerell, wenn du schon mal probiert hast, im Leben irgendein Ziel zu erreichen, vielleicht auch in anderen Lebensbereichen wie jetzt der Musik. Es ist ja so, wir Menschen, wir stellen uns das immer so einfach vor, ja, Start, Ziel, zack, bumm. Und gerade auch in der Musikproduktion. Ich meine, da wird es ja auch sehr, sehr stark suggeriert, dass man nur die richtige Technik haben bräuchte, die richtigen Plugins und dann läuft das mit dem Mucke machen von alleine. Also wer es schon mal probiert hat, der weiß, die Realität sieht halt eher so aus. Der Weg hat viele Höhen und Tiefen. Es läuft nicht immer rund. Gerade in den Bereichen unten, wo es absackt, wo es mal nicht rund läuft, da stecken allerdings auch die größten Lerneffekte drin. Das muss man ja sagen. Und da können und wollen wir euch den Weg auch nicht so zur roten Linie brutal zurechtbiegen, sondern wir können euch den Weg nur deutlich komprimieren und kürzer machen und einfacher machen. Und dazu möchte ich dir aus der Vogelperspektive mal so drei Punkte mitgeben, die wir im Laufe der letzten sechs, sieben Jahre immer wieder gesehen haben. Eigentlich auch schon weit darüber hinaus. Ingo macht seit 15 Jahren Ableton-Unterricht. Mein Buch habe ich vor zehn Jahren geschrieben. Es sind immer dieselben drei Muster, die die absoluten Killer beim Musikproduzieren sind. Und vielleicht fühlst du dich ja bei dem einen oder anderen auch angesprochen. Das eine Thema ist, dass allein vorm Rechner sitzen und niemanden kennen, der die gleiche Leidenschaft hat. Also auch YouTube-Videos haben gerade, wenn du Anfängerin oder Anfänger bist, die sind endlich in dem Grad, wie sie dir weiterhelfen können. Du kannst YouTube-Videos zum Beispiel auch keine Fragen stellen. Und da sind wir dann auch schon gleich beim Thema. Alleine Musik ist immer irgendwie schwierig und auch nicht zielführend. Musik funktioniert zusammen wirklich gut. Das zweite kennen bestimmt auch viele die Perfektionismus-Falle. So der Gedanke, Mensch, es hat doch irgendwie auch alles schon gegeben. Ich muss jetzt unbedingt was ganz Neues erfinden, was ganz Innovatives. Und wir haben ja heute gesehen, es gibt gerade im Bereich elektronische Tanzmusik, gerade im Bereich Haus, aber natürlich genauso im Techno, im Trance, im Chillout, einfach bewährte Schemata, die es anzuwenden gilt. Und wie heißt es so schön, wenn man die Regeln kennt, dann kann man sie auch gut brechen. Also der Perfektionismus ist im Grunde genommen auch sowas wie ein Schutzmechanismus, den wir als Anfänger nutzen, um uns davor zu schützen, bloß gestellt zu werden. Und das dritte Thema, das wird jetzt auch zu Black Friday wieder ganz heiß, Technik kaufen und sammeln statt Musik machen. Das ist auch so ein Muster, in dem viele versacken. Die Grenzen zwischen Musikern und Sammlern sind ja fließend. Und natürlich ist das auch ein total schönes Erlebnis, Technik zu kaufen, aber im Vergleich dazu halt wirklich musikalisch Ergebnisse zu, also Tracks zu produzieren, die Leuten vorzuspielen und dafür ein positives Feedback zu bekommen, ist das doch eher ein schlechtes Methadon-Programm. Umgekehrt gibt es so sieben Muster von erfolgreichen Musikproduzentinnen und Produzenten. Und mit erfolgreich, da meine ich jetzt, selbst gesteckte Ziele zu erreichen. Ich halte zum Beispiel Stefan Beutel für sehr erfolgreich. Weil er ewig nichts zusammengestellt bekommen hat und jetzt irgendwie an seinem ersten Vinyl arbeitet mit zwei Freunden. Das nenne ich mal erfolgreich. Also selbst gesteckte Ziele zu erreichen. Wie schafft man das als Musikproduzent? Das Erste ist radikale Ehrlichkeit. Radikale Ehrlichkeit brauchst du im Feedback von außen, wenn dir jemand etwas zu deiner Musik sagen soll, eine Bewertung, eine Hilfestellung, ein Feedback. Radikale Ehrlichkeit brauchst du aber auf jeden Fall auch im Umgang mit dir selbst. Wenn du mal wieder Musik machen wolltest und doch den ganzen Abend noch Presets von irgendwelchen Sympathisern angehört hast, dann sei halt ehrlich zu dir selbst und sag, Mensch, das war nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Beim nächsten Mal mache ich es halt besser. Das zweite Thema ist Commitment. Man muss da auch, wie soll ich sagen, am Ball bleiben. Die Leute, die nach vorne kommen, die haben alle irgendein Commitment. Und sei es, dass sie sich auf ein Genre total eingeschossen haben und da total drin aufgehen. Oder sei es jetzt, wie zum Beispiel bei Stefan gesehen, dass diese Schaltplatte produziert wird und natürlich auch bei Spotify und so weiter veröffentlicht wird, dass man sich dem Projekt widmet und sagt, okay, wir machen das jetzt, bis es fertig ist. Wir ziehen das durch, auch wenn es mal ruckelt oder irgendwie es Gegenwind gibt oder Sachen schwieriger werden oder sowas. Commitment ist immer ein Thema und schnelle Entscheidungen ist ein Riesenthema. Du hast vielleicht vorhin, gerade auch, wer ein bisschen Ingo vielleicht schon kennt, gesehen, an einer Stelle hat ihm in seiner Melodie oder Basslauf, weiß ich gar nicht, eine Note nicht gefallen. Die Note war schneller gelöscht, als sie gucken konnte. Und das war auch so ein Moment, wo ich so schmunzeln musste, weil Ingo dann total selbstbewusst, ja, das stört mich hier weg, bumm, so mit dem Brustton der Überzeugung. Überleg mal, wie schwer man sich mit solchen Entscheidungen tun kann. Dann schnelle Entscheidungen sind deswegen so wichtig, weil der kreative Prozess ist ja nichts als eine Aneinanderreihung von Entscheidungen. Eine Entscheidung jagt die nächste. Welches Heilgerät nützt du? Welches Preset lädst du da rein? Wie veränderst du die Regler des Heilgerätes, nachdem das Preset jetzt geladen wurde? Mit wie viel Prozent gibst du das Heilgerät auf den Signalkanal? Und so weiter und so fort. Es sind ja endlos viele Entscheidungen. Deswegen musst du schnelle Entscheidungen treffen, wenn du mit Musikstücken auch mal fertig werden willst. Und natürlich der Glaube an dich selbst. Weil, wie heißt es so schön, wenn du nicht anfängst, an dich selbst zu glauben, dann wird das auch kein anderer für dich tun oder keine andere für dich tun. Das muss man immer, da muss man immer selber anfangen. Allerdings am Glauben an dich selbst, da hilft natürlich ein starkes Umfeld. Und das knüpft so ein bisschen an, an den ersten Killer bei Musik produzieren. Ein starkes Umfeld von Gleichgesinnten, ja, von Leuten, die auch im Vorwärtsgang unterwegs sind, das hast du natürlich nicht, wenn du alleine vor dem Rechner sitzt. Ja, und ich glaube, heute Abend ist auch wieder ganz klar geworden, was eigentlich die Power ist, wenn du mit einem Mentorenberater oder Coach oder einem ganzen Team aus solchen zusammenarbeitest, weil du natürlich unfassbar viel Zeit sparst und dir nicht die Jahrzehnte, die zum Beispiel Ingo jetzt damit verbracht hat, seine musikalische Ausbildung zu genießen, selber machen musst, sondern du kriegst das kondensiert in ganz, ganz eng verpackter Form. Nur das Wichtigste mit einem klaren Lernpfad von A nach B einmal durch den kreativen Prozess hindurch. Das spart natürlich ohne Ende Zeit. Und am Ende des Tages braucht es aber auch immer ein bisschen Mut, weil Mut ist in der Kunst grundsätzlich erforderlich. Letzten Endes, Musik ist ja kein Leistungssport oder sowas, sondern in der Musik gewinnt die Person, die es am besten geschafft hat, ihre eigenen Emotionen in Klänge zu übertragen und ihre eigene musikalische Vision am besten in Klänge umzusetzen. Und das heißt, man macht da auch immer so einen gewissen emotionalen Seelenstriptease und macht sich nackig vor die andere Peoples und ohne Mut, da geht das nicht. Das ist klar. Und in dem Zusammenhang lass mich dir erzählen, was wir in der Hausparty mit euch vorhaben und wie wir auch diese Punkte da adressieren. Rein organisatorisch erstmal, diese Kurse, die wir hier abfeuern, die haben immer so einen Zeitraum von drei Monaten. Das ist so der Mittelwert, in dem das Ganze abläuft. Und das ist in verschiedene Phasen unterteilt. In der ersten Phase, da geht es um Wissensvermittlung in der Form, dass wir acht Wochen lang einerseits dich zu einem abelten Versteher oder einer abelten Versteherin ausbilden, dass diese Software, dass du die beherrschst, erst einmal in der Bedienung, ganz wichtig, das ist natürlich die Grundlage für alles Weitere. Und eben dann darauf aufbauend lernst, Hausmusik zu produzieren und zwar Schritt für Schritt mit einem klaren Lernpfad, wie gesagt. Und in Phase zwei gibt es dann kein neues Wissen mehr, sondern da gibt es vor allen Dingen eines, Unterstützung in Form von Live-Sessions wie hier. Technisch ist es so, wir können hier alle unseren Ableton-Bildschirm und Sound übertragen und so kann man Distanzen überwinden, geografische Distanzen überwinden. Und die Community und Ingo und ich können über das Internet ganz dicht an deine Musikproduktion heranrücken und dir da helfen. Ja, und last but not least, die dritte Phase ist eigentlich immer die spaßigste. Wenn dann der nächste Termin für unseren Live-Workshop in Berlin steht, dann treffen wir uns dort und hören die Musik, die in der Hausparty und den anderen Prohsen entstanden ist. Einerseits bei Ingo im Studio auf den analytischen Lautsprecheranlagen und andererseits im Crack Bellmer im Nachtclub, wo eine richtig, richtig, richtig gute Clubanlage drinsteht. Das ist eigentlich ein Hörseminar, kann man sagen. Und passend dazu darf ich heute zum ersten Mal verraten, dass im Jahr, im nächsten Jahr, zur nächsten Ausgabe dieses Workshops, die freundliche Firma Adam Audio aus Berlin das Ganze begleiten wird. Das ist ein Hersteller von Studio-Nachfeld-Monitoren und die werden vor Ort ihre Lautsprecher mitbringen, sodass wir uns die da anhören können und auch in Form von Vorträgen und Workshops da, dass unser Wissen aufbauen, dein Wissen aufbauen, wie man mit Monitoren arbeitet, wie man sie aufstellt, wie man sie einsetzt und so weiter. Liebe Grüße nach Berlin an die freundliche Firma Adam. Ja, in dieser ganzen Zeit gibt es wöchentlich Live-Calls. Unser klassischer Termin ist eigentlich der Donnerstag. Wir sind jeden Donnerstag um 20 Uhr live. Du kannst vorher deine Musik und deine Projekte einreichen, sodass du Feedback bekommen kannst. Und der Erklärbär, zum Beispiel hier Ingo, wie heute auch, hängt dann direkt an dem Ableton Live und hilft dir weiter. Und wer weiß, vielleicht bist du dann die Nächste oder der Nächste, die es schafft, auf die Mission Horizons zu kommen oder in die Spotify-Playlist oder vielleicht auch gar nicht zu Spotify, sondern dass du einfach nur wahnsinnig zufrieden mit deiner Musik erst einmal selber bist und Spaß an der Sache hast und vor allen Dingen auch Ergebnisse siehst, die dich motivieren. Mit dem Konzept fahren wir jetzt schon einige Jahre sehr, sehr gut und es ist auch eigentlich keine Überraschung, weil wir decken damit die drei grundlegenden Säulen ab, die es für einen ordentlichen Lern- und Transformationsprozess braucht bei Menschen. Du hast auf der einen Seite eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung mit klaren Lernpfaden zum Nachschlagen auch und zurückspulen und so weiter. Langsam gucken, schnell gucken, wie du magst. Es gibt einen Premium-Support. Wir haben eine Hammer-Community und auch Ingo und die anderen Coaches und ich sind sehr lebhaft mit dabei und freuen uns immer zu unterstützen. Und es gibt vor allen Dingen aber auch eine Hammer-Community. Meistens ist es so, in unseren Chat-Verläufen und so weiter, dass die Leute aus der Community, wenn eine Frage gestellt wurde, so schnell antworten, dass wir auch nur sagen können, okay, das ist ja schneller als die Polizei erlaubt, so schnell kriegen wir es auch nicht hin. Und das ist die Art und Weise, wie aus der grünen Linie hier symbolträchtig oder symbolisch die blaue Linie wird. Bedeutet, das Alleinsitzen vorm Rechner kannst du streichen, wenn du Lust hast. Hast du plötzlich ganz viele neue Freundinnen und Freunde mit derselben Leidenschaft, mit derselben Software vor allen Dingen auch. Die Perfektionismusfalle und das Rad neu erfinden kannst du dir dann auch schenken, weil es einfach klare Strukturen gibt, klare Abläufe. Und bitte nicht falsch verstehen, Musik ist immer hochgradig individuell und hochgradig emotional. Aber die Kunst ist, sich in dem Rahmen auszutoben sozusagen und nicht das Rad neu zu erfinden an der Stelle. Ja, und das Technikkaufen und Sammeln, ganz ehrlich, machen wir auch ganz gern jetzt demnächst wieder zu Black Friday. Aber der Fokus liegt hier auf der Ableton Live Suite, sodass du keine Ausreden hast irgendwie, dass du dringend nochmal irgendwelche VST-Plugins oder externe Hardware oder noch schlimmeres brauchst, um hier mit der Musik nach vorne zu kommen. Darum geht es ja, mit der Musik Spaß zu haben und Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, es gibt radikales, ehrliches Feedback. Ich kann dir sagen, wenn du an so einer Online-Trainingsveranstaltung mit anschließendem Seminar in Berlin teilnimmst, wird dein Commitment enorm in die Höhe schnellen. Das Ganze kostet auch Geld, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Und auch das wird dein Commitment steigern. Du lernst bei uns schnelle, kreative Entscheidungen zu treffen und wirst in diesem Umfeld den Glauben an dich selbst steigern. Und mit der Community und Ingo und den anderen und mir als Mentor und Berater, Coaches wird dein Mut steigen, halt auch eigene Sachen zu veröffentlichen. Das können viele, die hier auch heute Abend dabei sind, mit eigenen Worten bestätigen, weil sie diesen Prozess schon durchgemacht haben und erfolgreich absolviert haben. Ja, so sieht es aus mit der Hausparty. Es gibt ja, wie gesagt, zwei Geschmacksrichtungen. Einmal der Mainstreamigere, 5.30 Uhr Sonnenaufgang auf dem Open-Air-Festival und einmal der undergroundige Berliner Club mit Jazz-Harmoniken. Und das ist natürlich eine reine Geschmackssache, wenn das eine Entscheidung, die du selber treffen musst, welchen Weg du da gehen musst, es gehen möchtest. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Leistungspakete. Ich habe dir hier einmal die Preise auch mitgebracht. Für die Suite gibt es ein Angebot. Die Suite ist unsere Jahresmitgliedschaft. Da hast du dann nicht nur die Hausparty, sondern eben auch alle anderen Kurse, die es da so gibt. Techno, Trance, Chillout ist dieses Jahr dazu gekommen. Wir haben einen sehr, sehr guten Controletti-Push-Kurs für die Ableton-Push. Wahrscheinlich der beste Kurs, den es da weltweit gibt aktuell. Und das ist eben das große Paket. Da gibt es aktuell ein Sonderangebot dazu. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze gibt es, wenn es dich interessiert, im Nachgang. Ich möchte dich noch mal darauf sensibilisieren. Wir schicken gegen 22 Uhr das Angebotsvideo raus. Da ist das noch mal alles haarklein erklärt. Das geht so 20 Minuten. Da werden die ganzen drei Pakete und wie sie aufgebaut sind und was drin ist und wie es mit Ratenzahlung aussieht, welche Möglichkeiten es da gibt. Blabliblub, im Detail ausgiebig erklärt. Wen das interessiert, wechselt darüber. Das werde ich uns an dieser Stelle ersparen, da so ins Detail zu gehen. Aber klar, für diejenigen, die das interessiert, ist das relevant. Deswegen gibt es dieses Angebotsvideo. Schaut da nachher rein. Wir gehen jetzt hier an dieser Stelle in den Bereich Questions and Answers rüber. Das bedeutet, wie vorhin angekündigt, du kannst uns per Chat Nachrichten schreiben, Fragen stellen. Ich könnte mir vorstellen, Ingo hat auch einen Blick auf den Chat und wenn da schon Fragen aufgelaufen sind, dann gehen wir die gleich durch. Oder wir machen das Handhebenspiel. Das wir hier nicht alle durcheinander quatschen, das Handhebenspiel. Schau mal unten in deiner Zoom-Leiste, kannst du die Hand heben und kannst halt eben Fragen stellen, dann per Webcam und oder Mikrofon. Oder Mikrofon und oder Webcam, besser gesagt. Und ja, Fragen kannst du stellen. Zu Ableton Live, zur Musikproduktion, zu der Technik, zu Live-Performance, zu den Kursen natürlich, wenn du magst. Oder zur Masterclass oder zur Community oder zum Berlin-Workshop oder was auch immer dich interessiert. Wir werden jetzt auf jeden Fall zur Frage-und-Antwort-Maschine hier uns notieren. Ingo, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du im Chat irgendetwas ausmachen können, mit dem wir starten können? Es kam nur eine Frage persönlich an mich hier, dass dein Bildschirm manchmal dunkler wird. Aber ich glaube, das war nur bei Olaf der Fall. Weil bei mir wurde es nicht dunkler. Ich habe dann gemeint, dein Computer ist hin und wieder schon in Halloween-Stimmung. Oder seiner. Scary fast. Eben, eben. Das war jetzt die einzige Frage. Da kommt schon Benjamin. Ich habe auch auf jeden Fall aus dem Vorfeld übrigens noch zwei, drei Fragen auf dem Zettel stehen, um die Diskussion ja auch noch anzuheizen von den Telefonaten, die ich im Vorfeld geführt habe. Aber Leute, die live dabei sind, kriegen immer Vorfahrt. Benjamin ist live dabei, hat das mit dem Handheben gecheckt. Benjamin, stell deine Frage. Ja, also Ingo, ich wollte eigentlich gerne mal wissen, hört ihr mich alle? Ich hoffe, ja. Ja, das ist schön. Kann man das mit dem Skull auch nachträglich in die MIDI-Dateien einfügen bei fertigen Tracks und sowas? Hans, du kannst natürlich dieses Scale-Tool später anmachen. Das Problem ist, es ändert nicht die Noten. Aber du kannst natürlich dann selbstständig die Noten in die gewisse Tonart reinschieben. Ich kann das vielleicht mal kurz zeigen. Warte, ich teile einfach ganz kurz meinen Bildschirm. Das ist das, was du meinst, oder? Ob du das nachträglich dann noch ändern kannst. Also beziehungsweise, ich habe jetzt hier zum Beispiel, habe ich ja keinen Scale eingegeben in diesem I Feel Deeper. Und ich kann natürlich jetzt nachträglich hier draufgehen und kann den Scale anmachen, kann das Ganze dann hier auf D setzen und kann jetzt schon mal schauen. D Major zum Beispiel wären definitiv zwei Töne nicht drin, die ich hier gemacht habe. Also ist es definitiv kein D-Dur. Gehen wir mal auf D Minor. Da sehe ich schon, alle Töne sind in D Minor drin. Hätte ich jetzt, ich habe zufällig D-Moll getroffen. Mal schauen, was mit D-Dorisch ist. D-Dorisch funktioniert nicht, da wären die beiden nicht drin. Also das kannst du definitiv später machen, wenn du halt hier siehst zum Beispiel, oh, da sind welche nicht drin. Du kannst die natürlich dann einfach markieren und sagen, mal schauen, wie es hier klingt. Wie es hier klingt. Einfach in die nächste Halbton hoch, Halbton runter und schauen, wie es dann klingt, damit du wirklich in der Tonart bist. Das geht natürlich. Aber jetzt, dass Ableton automatisch die Töne ändert, das macht es nicht. Macht auch keinen Sinn, wenn das Ableton machen würde. Habt das deine Frage beantwortet, Benjamin? Ja, alles super. Ja, danke Ingo. Perfekt. Dann machen wir gleich weiter. Karin hat eine Frage. Karin, hast du ein Mikrofon? Wie sieht es aus? Hört ihr mich? Ja. Karin. Ich heiße Karin, nicht Karin. Karin, sorry. Zu den Kursen würde mich interessieren, ich habe es jetzt nicht so genau gesehen. Ist das dann in diesen acht Wochen einmal, also einmal pro Woche, dass man online sich trifft? Ja, also mindestens einmal oder in der Regel einmal. Und zwar Donnerstag, Samstag, 20 Uhr, ist so der, sieht man wieder die Frage- und Antwort-Geschichte hier? Ja. Donnerstag, 20 Uhr, ist so der reguläre Termin. Und da ist es so, wir sprechen immer von einem offiziellen Teil und einem inoffiziellen Teil. Sprich, um 20 Uhr geht es mit dem offiziellen Teil los. Da wird eben das Feedback gegeben, respektive Fragen beantwortet. Und da aber ungefähr 80 Prozent unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer berufstätig sind. Und natürlich nicht jeder immer so hundertprozentig sagen kann, ob er live dabei sein kann oder nicht. Zeichnen wir grundsätzlich alles auf, so wie heute auch. Und übrigens, die anderen 20 Teilnehmer sind auch berufstätig, aber sind professionell im Musikbereich unterwegs. Ich meinte mit berufstätig, die normalen zivilen Berufen nachgehen, die mit dem Rock'n'Roll-Geschäft oder dem Elektro-Geschäft nichts zu tun haben. Ja, das war damit gemeint. Also genau. Und dann zeichnen wir eben alles auf. Am nächsten Tag gibt es dann die Aufzeichnung. Und im Extremfall kann es auch so sein, wenn jetzt jemand zum Beispiel dringend ein Feedback benötigt, weil er oder sie etwas veröffentlichen will demnächst und aber an einem Abend keine Zeit hat, dass es auch zum Beispiel ein Feedback dann in Abwesenheit gibt und dann eben derjenige oder diejenige das am nächsten Tag in der Aufzeichnung sich anguckt. Ergibt das Sinn für dich, wie ich es erklärt habe? Ein bisschen komplex. Ja, es ist halt nur so, dass ich halt jetzt schon so ein bisschen länger, wie vorhin auch schon gesagt, jemand bin, der da dreimal angefangen hat irgendwie. Und dann irgendwie aber zu Hause nicht den Elan, geschweige denn nach fünf Minuten habe ich keinen Bock mehr, weil ich irgendwie nicht mehr weiß, wo ich drücken soll oder wo ich weiterkomme, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin. Und deswegen wollte ich mir das jetzt hier mal angucken und vor allem auch wissen, wie viele Leute sind denn dann so dabei. Also erzählt ihr dann die ganze Zeit und danach fragt man dann wieder oder kann man währenddessen auch wieder die Hand heben und sagen, nee, wie funktioniert das? Weil, ja. Ganz genau. Also es ist natürlich so, die Größe von so einer, also wie viele Leute in so einem Live-Call drin sind, das ist natürlich ähnlich wie bei Schulklassen. Das darf eine gewisse Größe nicht überschreiten, weil sonst kommt der Einzelne ja gar nicht zum Zug. Und da achten wir auch sehr genau drauf. Heute Abend ist zum Beispiel schon ein relativ voller Call mit 26 Leuten. Wenn jetzt jeder brennt, was möchte, das wäre eigentlich schon zu viel. Da würde man es halt aufteilen in kleinere Calls. Genau. Und aber ganz wichtig ist, das hatte ich gerade vergessen, zu Ende auszuführen. Nach dem offiziellen Teil beenden wir halt die Aufzeichnung und dann beginnt der inoffizielle Teil. Und das ist dann noch so eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo auch so eine allgemeine Diskussionsrunde und Community-Time halt eben auch drin ist. Und meistens da, wenn es dann um so Fragen geht, wie habt ihr das in dem Kurs gemacht oder ich überlege mir dieses oder jenes, das Plug-in zu kaufen, da sind wir wieder beim Thema Technik kaufen, hat ja jemand mit Erfahrung und dann findet sich natürlich immer ein Gesprächspartner, der dann darüber Auskunft geben kann. Ja, ergibt das denn für dich? Ja, es ergibt Sinn. Es ist nur für mich so, dass ich halt, also ich bin DJ jetzt seit drei Monaten wirklich hauptberuflich. Cool. Das war auch sehr gut und ich muss jetzt langsam mal was raushauen, weil ich will nicht so ein DJ sein, der einfach nur überall spielt, was sehr, sehr gut in Berlin funktioniert. Ich bin jetzt am Wochenende zum Beispiel in Stuttgart und so und möchte halt die Zeit jetzt endlich mal nutzen, dass ich halt so eine Base habe, dass ich solche Basics habe, dass ich einfach, ich glaube immer, wenn man ein Erfolgserlebnis hat, dann geht man auch weiter in dem Produzieren. Aber es fehlt mir halt noch. Ich habe immer schon nach zehn Minuten gedauert, weil ich dann einfach nicht weiterkomme. Und das ist eben für die Frage für mich, ob dieses Tool jetzt bei euch so für mich funktioniert, dass ich auch so zum Zug komme, dass ich in drei Monaten vielleicht gut produzieren kann. Ich darf dir eines dazu versprechen, Karen, wo du das gerade so sagst. Also das Ganze, also wenn du mir persönlich einen Gefallen tun willst, dann buchst du bei uns ein Training und legst dann auf den Festivals mit deiner eigenen Musik auf, wo ich gerne privat zum Tanzen hingehe und dann komme ich mit und dann kannst du mich bloß eins auf die Gästeliste schreiben. Ja, auf vier Festivals gespielt, deswegen kann es schon sein, ja. Also die Sache mit den echten Ergebnissen, das ist schon so eine gewisse Religion. Und ich weiß, es gibt auch Schulen und Anbieter, aber auch so Universitäten und Musikschulen und so weiter, die erklären ja halt erst mal stundenlang, wie irgendwie eine Sinuskurve in der Theorie funktioniert oder wie Akkorde in der Theorie funktionieren. und das, möchte ich mal sagen, ist hier so gar nicht Mentalität, sondern es gibt immer von Anfang an, ist der Lernstoff unterteilt in einzelne Module und zu jedem Modul gibt es immer ein ganz konkretes Haus, eine ganz konkrete Hausaufgabe und auch eine Gruppe, wo du diese Hausaufgabe hochlädst, um dich auch selber so ein bisschen in die Verantwortung zu nehmen. Wenn man zum Beispiel bei einem Live-Call gesagt hat, alles klar, ich mache die Hausaufgaben am Wochenende oder bis nächste Woche Mittwoch oder wie auch immer, ja, da kommt natürlich so im positiven Sinne auch ein bisschen sozialer Druck auf. Aber es geht vor allen Dingen von Anfang an an die Buletten, es geht von Anfang an an die Praxis und es wird nicht erst irgendwie in der Theorie irgendwas erzählt, was man dann drei Lektionen später zum ersten Mal in die Praxis einsetzt. Das gibt es gar nicht, im Gegenteil. Weil es ist genau so, wie du sagst, das kann ich nur unterstützen, wenn du nicht von Anfang an Erfolgserlebnisse hast und das ist in der Musikproduktion nun mal, dass das Musik ist, die dir selber gefällt und die dich anmacht, auch wenn es jetzt vielleicht noch kein fertiger Track ist, aber dass du vom ersten Beat an sagst, so ha, Groove, ja, ist ja geil, möchte ich gerne irgendwie weitermachen. Wenn das nicht gegeben ist, dann hat man in der Regel überhaupt nicht die Motivation, sich da durchzubeißen durch so ein komplexes Thema. Ja, was würdest du mir raten, was für einen Kurs ich nehmen sollte? Ich kenne jetzt eure Kurse noch nicht alle, ich habe jetzt diese drei da gesehen, aber welchen Kurs sollte ich da nehmen? Also von denen, also Diebhaus ist dein Ding, Diebhaus magst du gern? Ja, ich sehe hier gerade, dass einer schreibt, ob ich beim Buch der Träumer gespielt habe. Ja, ich habe beim Buch der Träumer gespielt. Vielleicht hat derjenige mich ja gesehen, Marc Thiel. Ja, das war ich. Also pass auf, um das ein bisschen... Es ist Haus, Dieb und Techhaus. Das ist das, was ich eigentlich mache. Um das ein bisschen abzukürzen, schau dir mal gleich das Angebotsvideo an und ich vermute, du gehörst zu denjenigen, die sich zwischen dem mittleren und dem großen Paket entscheiden können, weil ab dem mittleren Paket, egal welche von den beiden Hauspartys du nimmst, ist dieser freundliche Get-Anstag-Kurs mit dem freundlichen Küpen eben im Lieferumfang enthalten. Und wenn du jetzt noch ganz am Anfang stehst, ist das so gewisserweise der Vorkurs, weil da geht es speziell um die Bedienung von Ableton Live. Da gehen wir, also wirklich, durch jede nur erdenkliche Funktion von Ableton Live durch, verbinden das mit einer praktischen Übung, wo gleich geile Mucke drauskommt und du wirst da zu einer richtigen Ableton Live-Versteherin. Darauf fußt dann die Hausparty oder darauf kombiniert, macht dann die Hausparty Sinn. So und deswegen, weil es den Get-Anstag nur ab dem mittleren Paket erst dabei gibt, beim mittleren und beim großen, ist wahrscheinlich die Entscheidung zwischen dem mittleren und dem großen. Das würde ich dir mal empfehlen. Und was die Frage danach angeht, welche Hausparty für dich jetzt die richtige zum Starten ist, da habe ich eigentlich nur einen Tipp für dich und zwar der, wo dir der Sound besser gefällt. Falsch machen kannst du bei beiden nichts, nur wenn dir der eine Sound halt besser gefällt als der andere, dann wird dich das auch mehr motivieren. Da schließt sich der Kreis wieder gewissermaßen. Da wird dich das auch mehr motivieren und dann wirst du eher bei der Stange bleiben und auch eher durchziehen. Okay, dann vielen Dank. Wir können aber auch gerne morgen oder übermorgen einfach nochmal quatschen. Ja, würde ich auch sagen. Ich gucke mir das mal an. Ich bin gespannt, ob es mich von dem Socken haus, vom Preis, aber ich gucke es mir auf jeden Fall mal an. So, genau. Aber ja, spannend. Und Bucht der Träumer komme ich gerne in die erste Reihe barfuß in den Sand. Gar kein Problem. Sehr gut. Ich kann auch gerne mal einen Link von mir schicken. Könnt ihr ja gerne mal reinhören, wenn ihr wollt. Hau doch mal hier in den Chat rein von dem Live-Call. Ja, danke. Sehr gerne. Cool. Marc war auch da, wie jedes Jahr. Hier bildet sich eine kleine Bucht der Träumer-Koalition. Das ist das schönste Festival. Ja, herrlich. Auf jeden Fall. Ja, Benjamin. Ja, Benjamin. Ich will noch was wissen. Ja, genau. Ich wollte noch mal was von Ingo wissen. Ingo, ich hatte jetzt mehrfach das Problem, dass ich ein Problem mit meiner Festplatte hatte. Das Schöne ist, dass ich ja natürlich meine ganzen Sachen alle gesaved habe auf einer externen oder auch halt als Backup. Ja, das Problem ist einfach, dass mir die VSTs rausfliegen. Kannst du mir da irgendwie einen Tipp geben? Kann man das auch irgendwie sichern? Oder weil die VSTs alle nachher in den Nachhinein alle wieder einzustellen, ist, ja, eine mühselige Arbeit, die ja wieder in viel Zeitinvestition endet so, ja. Also ich meine... Meine Erfahrung ist, dass es leider nie wirklich funktioniert, die VSTs auch zu Backupen. Weil sobald irgendwas mit dem Computer beziehungsweise mit der Festplatte ist, sobald du da was Neues irgendwie dranhängst und das einfach nur rüberspielst, also zumindest bei Mac kann ich das zu 100% sagen, muss man eigentlich immer fast alles wieder neu installieren, damit es funktioniert. Und das wird bei PC ähnlich sein. Ja, nee, das geht gar nicht darum, dass es installiert ist. Also installiert, die Plugins zu installieren, das ist nicht das Problem. Die Zuordnung in den einzelnen Tracks geht komplett verloren, wenn ich die Tracks neu lade. Also wenn ich das Ableton neu drauf mache, habe ich quasi die ganzen VST-Zuordnungen in den Tracks selbst nicht mehr, die sind alle grau hinterlegt, obwohl sie installiert sind, ja. Und dann kann man sie halt eben auch nicht mehr abspielen. Dann muss ich sie also neu reinziehen und muss sie alle wieder neu einstellen, muss alle wieder in den richtigen Modus bringen, ja, was natürlich dann auch nicht immer funktioniert, weil, ja, zwar habe ich die Tracks dann vielleicht schon als Audio und kann dann vielleicht reinhören, aber das ist halt eben alles ziemlich mühselig. Aber wenn du sagst, dass es bei Mac auch so ist, im Prinzip das Problem fängt erst an, wenn es irgendwie, wenn die VSTs irgendwie verschoben wurden oder eine neue Festplatte dranhängt oder so, ab dann beginnt das Problem, weil Ableton sieht es dann als neues VST an und kann die Zuordnung dann nicht mehr machen. Ganz, ganz wichtig vielleicht bei dem Ganzen ist, wenn du irgendeinen VST hast, keine Ahnung, irgendeinen Synthesizer, das heißt der Serum-Synthesizer oder wie auch immer und du dort irgendeinen Patch erstellst oder irgendwas rumstellst, speicher ihn dir einmal ab, weil somit kommst du dann schneller wieder hin. Dann brauchst du ihn nur reinladen, das gespeicherte Ding, am besten unter dem Songtitel sogar abspeichern, dann findest du es gleich. Das ist eigentlich das Einzige, was da wirklich hilft. Sobald Ableton das als neues Plugin erkennt, sind die Zuweisungen komplett weg. Das ist leider ein gewisses Problem. Ist auch nicht nur bei Ableton so, das ist bei jeder DAW leider das Problem. Ja, aber gut, danke für deinen Tipp. Das werde ich mal umsetzen. Das ist eine gute Idee, den einfach komplett aufzunehmen und dann einfach abzusichern und dann kann ich den ja wieder laden. Genau, genau. Also so mache ich es inzwischen, weil ich das auch hin und wieder mal hatte und es ist einfach super nervig, wenn du alles neu einstellen musst. Das kannst du aber glauben. Übrigens, Benjamin, das weiß ich aus einem Telefonat, ist Gallier. Trance, das sind ja bei uns die Gallier und Techno, das sind die Römer und Benjamin ist eindeutig Gallier. Ingo ist eher Römer, ich auch, aber das macht nichts. Wir haben uns da trotzdem lieb an der Stelle. Ja, gibt es denn weitere Fragen an der Stelle? Entweder im Chat oder auch gerne per Handheben und Mikrofon und Webcam. Noch sind wir da und aktuell auch noch 25 Leute im Chat. Das ist eine große Gruppe, wenn man sich das mal so vorstellt. Wie so eine Schulklasse im Grunde genommen von der Größenordnung her. Also den kleinen Festsaal in den meisten Restaurants würden wir sicherlich vollkriegen. Okay, wir machen noch mal so die, ein bisschen die Ruhe. Wir lassen ein bisschen die Ruhe in die Gruppe, dass ihr noch mal ein wenig nachdenken könnt, ob denn noch irgendwelche Fragen sind zu Ableton, Musikproduktion, Live-Performance, zu den Kursen oder sonst irgendwas, wo wir euch behilflich sein können. Denn das wäre dann jetzt mal so die Schlussrunde. Wenn noch was ist, dann haut es jetzt raus. Ansonsten fange ich schon mal locker an mit der Abmoderation und wenn noch mal was kommt, dann nehmen wir es noch mal mit auf. Erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle für eure Aufmerksamkeit. Es ist jetzt 21.40 Uhr. Hier schön anderthalb Stunden Schnupperkurs heute gemacht. Und ganz, ganz herzlichen Judith Schreibt. Vielen Dank für den Schnupperkurs. Sehr gern, Judith. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für eure aller Aufmerksamkeit. Das erste Mal jetzt wieder hier nach Monaten mit der Hausparty am Start. Nächste Woche startet das Ganze, wie gesagt. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, meldet euch, schreibt eine Mail, ruft an oder wir rufen zurück. Oder ihr schreibt uns eine Mail und wir rufen zurück. Tickets gibt es bei mir am Telefon, dass wir noch mal kurz drüber sprechen, was denn jetzt für euch da das genaue Modell ist. Welche Größenordnung, also Klein, Mittel, Groß und dann Einmalzahlung, Ratenzahlung, diese ganzen Details. Dass ich euch da noch mal ein bisschen auch beraten kann zu dem einen oder anderen, wenn ihr Fragen habt. Und ja, ein riesengroßes Dank geht natürlich auch raus Richtung Berlin an Ingo. Ja, Ingo, ich habe also erstmal ein riesengroßes Dank an dich. Das ist erstmal die wichtigste Aussage. Sehr geiles Schnuppertraining heute Abend. Ja, gerne, gerne. Und jetzt ist es ja so, wir beide nutzen Studio-Lautsprecher von Adam. Da passt das ja eigentlich ganz gut, dass sie nächstes Jahr in Berlin mit dabei sind. Oder was meinst du? Ja, ich bin mal gespannt, was sie hinstellen. Und ob sie vielleicht was vergessen bei mir im Studio. Sie was stehen lassen, das ist auch eine sehr spannende Frage. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ob sie nicht vielleicht irgendwie so ein paar von den sehr Großen einfach mal dort lassen. Das wäre doch was, weil dann könnte jeder ja in deinem Studio auf Adam-Lautsprecher hören. Und da kommen ja auch immer mal wieder Leute vorbei, um etwas zu hören. Wäre doch total sinnvoll irgendwie. Definitiv, definitiv. Die werden schon schauen, wenn sie meine Fokalboxen da drin sehen, im Studio werden sie schon sagen, na, die müssen raus, da müssen Adam hin. Also hoffen wir mal. Ich habe ein bisschen Vorarbeit schon geleistet. Mal gucken, ob wir den Ball weiterspielen können. Auf jeden Fall freue ich mich schon darauf. Also ganz lieben Dank nochmal dir, Ingo. Liebe Grüße nach Berlin. Und lieben Dank euch allen fürs Zuschauen. Hier kommen noch ein paar Dankes rein. Bussi, Bussi, lieben Dank an den Chat. Jo, vielen Dank. Besten Dank. Schönen Abend noch. Jawohl, liebe Leute. Gehabt euch wohl. Immer schön kreativ bleiben und macht euer Ding. Denn wer will, der kann.